Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin hier mit Lamia und wir sind hier in Holland. Wir sind nämlich für eine Woche hier auf einem Campingplatz und ich werde euch jetzt eine ganze Woche mitnehmen, wie wir hier Urlaub machen. Und Leute, da fangen gerade welche mit einem Boot raus. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, wie wir so verschiedene Sachen machen. Also ich dachte wirklich, dass es hier jetzt nicht so cool ist. Draußen ist aber wirklich sehr, sehr viel, was man machen kann. Drinnen zeige ich euch auch noch mal unsere kleine Hütte. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen euch einfach mit, wie wir hier eine Woche Urlaub machen. Wir erzählen euch noch kurz zwei Storytimes. Der erste, also das erste Storytime ist, dass Lamia heute hier auf dem Campingplatz in ein Schwimmbad geguckt hat und auf einmal kam da halt einfach ein Marder. Wir wissen nicht, aus welcher Ecke der Marder kam, aber der war dann vor Lamias Füßen einfach. Ja, und er war halt die ganze Zeit an ihren Füßen und dann ist er zum Glück vorbeigelaufen. Ich dachte, da wird Lamia beißen. Und zweites Storytime, willst du das erklären mit Odin? Ja, also wir hatten Odin zuerst an der Leine da an der Treppe im Eingang und da war er die ganze Zeit an der Leine und hat sich da halt so hingelegt. Und dann hat Papa vom Auto sein, ähm, wie heißt das? Ballerwagen und so. Ja, und mit dem Odins Korb, wo der Sohn schläft, geholt. Hat er geholt und das dann ins Haus gemacht und der war direkt neben der Tür und die Tür war halt offen. Und Odin hat halt nicht mit der Leine, der konnte halt nicht da rein, weil die Leine so klein war. Da hat die Mama einfach da reingesetzt, ähm, Joanna und ich und Carlos waren im Zimmer daneben. Ja, ähm, und dann rufst Mama auf einmal so Odin, Odin, richtig laut und Odin ist einfach weggelaufen. Ja, und wir haben uns dann alle aufgeteilt. Mein Vater wusste davon nichts, weil er beim Auto war. Und Mama in die Richtung Lamia und ich in die Richtung Lamia rennt, schreit Odins Name durch die Gegend. Auf einmal sehen wir ihn bei den Parkplätzen auf einer Wiese, wie er da einfach riecht. Er riecht einfach am Gras und wir schreien so. Und dann schreien wir so Odin, Odin. Auf einmal, er hat uns gesehen, er ist sofort zu uns gerannt. Ich weiß nicht, ob er jetzt einfach so zu uns gerannt ist oder ob er gecheckt hat, dass wir gerade nicht da sind und er uns vermisst hat. Aber wir haben ihn auf jeden Fall wieder. Und ja, doof, dass er ausgebüxt ist. Ja, aber es war irgendwie abenteuerlich. Naja, also ich finde es jetzt, ich will es jetzt nicht noch mal erleben. Aber er war zum Glück nur hier am Campingplatz. Und ja, was machen wir jetzt? Noch ein bisschen rumlaufen und so? Ja, wir sind hier gerade an einem Spielplatz. Hier ist kein einziger Mensch in Seele und wir gucken uns einfach mal den Spielplatz an. Ja. Und los! Wow. Die ist voll lahm. Leute, da ist übrigens so ein richtig fetter Skaterpark mit so richtig vielen Dings da. Und der ist echt groß und da fahren wirklich die ganze Zeit Kinder rum. Ich hätte ja Angst, dass ich irgendwie umkippe oder so. Ja, ich auch. Aber das sieht echt, das sieht echt auch nochmal cool aus. Und da läuft dann die ganze Zeit Musik und die spielen da. Richtig süß. Wir wollten euch gerade den Supermarkt zeigen, aber das ist einfach schon zugemacht. Was halten wir davon? Daumen runter. Ja, wir haben erstmal welchen... Die Leute am besten bis 22 oder 23 Uhr aufzeigen. Ja, weil das ist auch der einzige Shop hier. Und wir haben erstmal 17.30 Uhr, also schon ein bisschen blöd. Weil das Haus ist süß. Das sieht aus wie ein Resetienhaus. Ja. Was machen wir jetzt? Laufen wir wieder zurück? Ich weiß auch nicht. Vielleicht laufen wir zurück und fragen meine Eltern, was sie jetzt machen. Und dann gehen Lamia und ich und später ein bisschen was lesen. Übrigens, Leute, da saß Odin gerade auf dieser Wiese. Und hier ist unser Park. Also er war schon ein bisschen außerhalb. Da ist der Parkplatz. Da ist der Parkplatz. Und da saß er. Also guckt euch mal meinen coolen Style an. Meine Schlappen. Egal. Oh, wer kommt da denn? Hey, Carlos! Hallo, was machst du? Wir wollten... Wir wollten... Wir wollten... Und hier sind solche... Ich weiß nicht... Ferienwohnungen. Ferienwohnungen, die richtig schön aussehen. Es sieht wirklich schön aus. Wie so eine eigene Stadt irgendwie. Guck mal, wie krass ist das denn? Und da ist halt so ein... Da ist die Gacht. Da auch. Und hier sind halt so die krassen Häuser. Die Bats... Nee? Die Bonzen. Ja, meine ich ja. Die Bonzenhäuser. Die Influencerhäuser. Irgendwo wohnen wir hier? Nicht da. Wirklich? Äh... Das sind solche... Was? Ja, guck mal, wie schick. Mein Gott. Ähm... Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Oh, toll. Guck mal, das sind... Das sind solche, ähm... Dinger, wie heißen die denn? Häuser, die direkt auf dem Wasser sind. Richtig cool. Oh. Toll. Sieht schön aus. Leute, guckt mal, euch das mal. Das sieht richtig... Hier ist so ein Weg nach unten. Oh, das sieht echt schön aus. Hier und da hier ist so eine Pool-Ding. Erinnern mir, bitte falle ich in den Wasser. Oh, eigentlich ist okay. Stinkt's? Hm, ein bisschen. Da sind Algen drin. Aber es ist nicht allzu kalt. Hey, oh mein Gott, ich bin rein. Oh, ich bin da rein. Ah. Oh mein Gott. Aber eigentlich sieht es schön aus. Aber irgendwie ist es ein bisschen düster. Ja, warte. Ich bin da rein. Yo. Auf Lamiers Fahrrad. Cool. Sieht man mich da drinnen? Hi. Sollen wir Käse mitnehmen? Käse. Aber welchen Käse? Was ist denn Yannick? So Leute, es ist heute Dienstag und ich gehe jetzt mit meinem Vater ins Gym. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt los. Ich habe hier auch mein BCAA. Wir sind jetzt hier an so einem Strand und haben uns jetzt hier hingesetzt und werden jetzt unsere Bücher lesen. Ich lese jetzt mein neues Buch und ich hoffe, dass es sehr gut sein wird. Und wir sind hier direkt am Wasser und ganz alleine. Also was gibt's Besseres, ne? Was ist das? Hey Leute, ich bin zu Hause mit Odin. Wir sind seit Mittwoch. Ich war nur zwei Tage da. Die anderen sind noch in Holland. Ich aber nicht, weil ich die ganze Zeit nicht dort schlafen konnte. Also ich habe wirklich eine Nacht gar nicht geschlafen und die andere Nacht wurde ich 20 Mal wach. Deswegen war das für mich echt nicht so cool. Odin? Alles gut. Ähm, deswegen wurde ich nach Hause gefahren und jetzt bin ich hier mit Odin. Ich bin natürlich nicht alleine. Meine Oma ist auch sehr oft hier. Nicht, dass ihr das jetzt irgendwie denkt. Und ja, es tut mir übrigens auch leid, dass das Video jetzt erst ein bisschen später kommt, aber ich habe den Laptop nicht. Und meine Eltern sind bis Montag da. Wir haben heute Samstag. Deswegen, ja, kommt das Video, glaube ich, erst Mitte nächster Woche. Und ja, was habe ich gestern gemacht? Ähm, gestern war ich Eis essen bei McDonalds mit meiner Freundin. Und dann waren wir noch kurz einkaufen, weil ich musste ja auch einkaufen, putzen, alles, weil ich bin ja hier alleine. Aber bis jetzt kriege ich das auf jeden Fall richtig, richtig gut hin. Auch alles, was ich, ähm, dreckig mache an Teller, das wasche ich direkt ab und mache es direkt sauber, weil ich nicht irgend so einen Stau da haben möchte und dann zwei Stunden da brauche, um alles sauber zu machen. Deswegen mache ich das alles immer direkt sauber. Und ja, heute gehe ich mit einer Freundin ein Tretboot fahren. Heute wird unnormal warm. 32 Grad. Gestern war übrigens auch so warm. Odin? Gestern war übrigens auch so warm. Ähm, da habe ich mich eine Stunde gesonnt, Leute. Eine Stunde lag ich in der Sonne und habe eine Stunde durchgehend gelesen. Und dann war ich gestern auch wieder nach sehr langer Zeit im Pool. War auch sehr toll. Ja. Und heute gehe ich halt Tretboot fahren bei diesem Warmwetter. Eigentlich wollten wir heute nach Bonn fahren. Ist ja aber eine eineinhalbstündige Fahrt. Bei 33 Grad ist es nicht so schlau. Und ihr Auto hat auch keine Klimaanlage. Deswegen wäre das nicht sinnvoll gewesen. Und deswegen gehen wir Montag. Da wird es nämlich nur so 26 Grad. Ja. Und heute gehen wir wieder ein Tretboot fahren. Und jetzt zum Beispiel gerade Frühstück. Miko war auch gerade noch da. Jetzt musste er aber arbeiten gehen. Und yes. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich war, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich, ähm, dass meine Eltern uns was ermöglichen und ich mitkommen durfte und alles. Nur das war wirklich sehr doof mit dem Schlafen. Ich hätte da wirklich einfach nicht schlafen können. Deswegen habe ich es für besser gehalten, dass ich dann jetzt zu Hause geblieben bin. Und halte jetzt hier unser Haus am Laufen. Und ja. Guckt mal, was bei mir ankam. Ein Talia-Paket. Ähm, yes. Ich bin sehr excited. Ich mache das jetzt mal auf. Ich habe mir nämlich ein Buch bestellt. Eigentlich wollte ich mir, also guck mal, ich habe einen Code. Ähm, so 20% habe ich bekommen, als ich mir ein Buch, in der Buchhandlung geholt habe. Das war so ein Robel-Los. Dann habe ich ja 20% gewonnen. Und ich dachte, das geht auch auf die Bücher. Aber nein, es geht nur so auf die anderen Sachen. Auf Lesezeichen, auf Sanduhr und was auch immer es bei Talia gibt. Ähm, ja. Aber irgendwie wollte ich da, ich wollte das jetzt irgendwie nicht ausgeben für sowas. Deswegen habe ich mir jetzt erst mal ein Buch geholt. Wollte ich mir drei bestellen. Aber ich gehe wahrscheinlich in zwei Tagen nach Bonn. Und da ist so ein riesen Talia. Ich nehme euch auf jeden Fall zu 100% mit. Aber, ähm. Leute. Ist das auch nicht kaputt gegangen? Ich bin so ein Perfektionist bei sowas, ne? Wenn hier irgendwo ein Knick ist, dann kommt zurück. Leute, wie schön dünn ist das? Ich habe mir das hier geholt. Spring into your heart. In your heart. Ich sag's die ganze Zeit falsch. So sieht's aus. Äh. Ach. Ich lieb's. Es sieht so, so schön aus, wie viele Seiten hat's. Boah. Nur 290 Seiten. Das ist ja mal unnormal perfekt. Ich habe nämlich mit der Autorin geschrieben, weil ich das schon öfter gesucht habe. Aber sie meint auch, dass es bestellen besser ist. Und ja, ich freue mich auch nochmal. Ist das irgendwie größer als die normalen Bücher? Äh. Ich weiß nicht. Ach, ich freue mich. Das ist auf jeden Fall sehr dünn. Ach, ich freue mich, Leute. Ich hoffe, ihr könnt's sehen. So, darum geht's. Und es ist halt so ein richtiges Sommerbuch. Und sie hat schon ein Buch rausgebaut. Und zwar Autumn in your eyes. Also Herbst. I guess yes. Ja. Und das ist jetzt der zweite Teil. Der dritte kommt jetzt auch. Das heißt Sommer in your ... Weiß ich nicht. Aber das ist jetzt erstmal mit Frühling. Und ja, ich werde mir das erstmal bestellen und dann gucken, ob ich's gut finde. Und dann würde ich auf jeden Fall auch noch die anderen Sachen holen. Aber ich wollte jetzt nicht dieses Herbstbuch jetzt lesen. Ich wollte jetzt das erstmal lesen, dann das Sommerbuch und dann im Herbst erst das andere Buch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ist, Leute. Ich hoffe, dass es gut sein wird. Ich denke mal schon. Aber irgendwie ist es anders aufgebaut, finde ich. Irgendwie finde ich, das sieht anders aus, oder? Irgendwie? Ich glaube, die Seiten sind irgendwie ... Das Buch ist irgendwie größer als die normalen Bücher. Warte. Oder bin ich doof? Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber es ist auf jeden Fall viel dünner. Ach, ich freue mich schon, und nochmal das zu lesen. Und yes. Äh, ich seh gerade, mein Akku ist leer. Und ich hab natürlich auch kein Ladekabel, weil das noch in Holland ist. Ist natürlich nicht so praktisch, ne? Ich wollte mit euch über das Buch hier reden, weil ich hab das schon vor einer Woche fertig gelesen. Aber irgendwie euch nie da was zugesagt. Ich hab den ersten Teil gelesen und ich muss sagen, die Erwartungen waren sowieso schon sehr hoch, weil irgendwie alle das Buch so feiern. Was mir daran so gefällt, ist einfach, dass es nicht so wie die Norm ist, so eine Love-Story. Der Junge ist kalt und arrogant und wird dann irgendwann nett, weil das Mädchen den so weich macht wieder. Sondern das ist einfach diesmal so, dass der Junge höflich, freundlich ist und das Mädchen auch. Ähm, das ist ja nicht oft so. Und dass die sich einfach alle gut verstehen. Mir hat das auch unheimlich krass gefallen, dass die ganzen, ähm, Freunde, also die Nebencharaktere, sag ich mal, äh, auch präsent waren. Und auch, dass man viel über die halt erfahren hat. Und ich fand einfach alles so sympathisch und nett und ich liebe einfach die Leute da drinnen. Genauso wie ich es liebe, wo es spielt. Also in Schottland, glaub ich. Wenn ich's nicht vergessen hab. Oh Gott, sorry. Mir hat's aber auch unnormal gefallen, dass es alles so in einem Internat spielt. Mit den Höfen. Und dann diese Sportarten. Irgendwie, das war immer was anderes. Es war nicht halt einfach wie so ein Standardroman. Sondern es war richtig schön. Es war wirklich schön. Es gibt eigentlich nichts zu bemängeln. Also gar nichts. Ich find das Buch einfach nur toll. Und ich würde dem Buch sogar 4,5 Sterne geben. Von fünf. Ich kann's echt empfehlen. Es ist einfach richtig schön zu lesen. Und alles darum ist einfach schön. Ich hab dafür, glaub ich, vier Tage gebraucht. Ihr könnt mir gerne mal hier die Meinung von euch reinschreiben, wie ihr das Buch findet. Also ich hab's geliebt und würde's auf jeden Fall auch empfehlen. Das Buch silo euch dazu neuerzulichen. Das Buch auch immer mehr. Wenn. Dann ja. Ich hab's geliebt und wer.